Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich außerordentlich, so viele heute Abend hier zu sehen. Nach dieser langen Durststrecke in Sachen Corona haben wir einen vollen Hörsaal. Und es ist nicht nur dieser Hörsaal, es sind mittlerweile zwei weitere Hörsäle geöffnet worden. Die sind beide voll, wo wir diese Veranstaltung live übertragen. Das haben wir seit langen, langen Jahren nicht mehr gehabt. Wir haben uns heute an unserem Vorstandssitz und darüber unterhalten, was wir auch machen sollten, damit wieder mehr junge Leute bei uns und Vorträgen dabei haben. Und die Antwort ist eigentlich klar, oder? Wir müssen einfach gute, spannende Referenten einladen, gute und spannende Themen, dann kommen sie automatisch. Und das ist heute der Fall. Und ich freue mich außerordentlich, Herrn Prof. Dr. Nils Melzer hier heute Abend begrüssen zu dürfen. Er ist ein ehemaliger Student der Universität Zürich, hat hier an der Universität Zürich auch doktoriert bei Professor Thürer und ist damit so ein Heimspiel irgendwie. Er ist natürlich bekannt, Sie kennen ihn aus den Medien. Er setzt sich mit Engagement für seine Ziele und Themen ein. Ich habe in der Presse die Headline gelesen, Kompromisse sind nicht seine Sache, hieß es da in einem dieser Artikel. Wir sind natürlich gespannt, was das in Bezug auf das heutige Thema ist. Und das Thema ist offensichtlich der Fall Julian Assange, Geschichte einer Verfolgung. Sie kommen vielleicht darauf zu sprechen, heute war ja der Berufungsprozess, der zweite Tag in London. Ob Sie dann schon das Ergebnis wissen, werden wir es sehen. Und das Thema ist aktuell und das Thema ist spannend. Und man hat so ein emotionales Gefühl zu diesem Fall, wenn man diesen Herrn sieht und so und was da passiert ist. Und wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Nun, noch zwei Worte zu Ihnen. Sie sind Professor für Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht und Sie lehren in Genf und in Glasgow. Wichtig für den heutigen Abend im September 2016 wurden Sie vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Sonderberichterstatter für Folter ernannt. Zuvor haben Sie verschiedene andere Funktionen. Sie waren Delegierte des IKRK, lange Zeit auch für das IKRK ansonsten tätig. Sie waren sicherheitspolitischer Berater der schweizerischen Regierung. Und Sie befassen sich schwergewichtig mit rechtlichen und politischen Fragen im Zusammenhang mit Gewalt- und Zwangsanwendungen im militärischen und polizeilichen Einsatz. Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, publiziert und Sie waren natürlich auch Mitglied verschiedener Expertengruppen und Ausschüsse. Wir sind überaus gespannt auf Ihre Ausführungen und insbesondere auch auf die Diskussion anschliessen. Und ich lade Sie alle ein, dann auch von dieser Diskussionsmöglichkeit herzlich Gebrauch zu machen. Ich würde fast sagen, wir haben Open Hours, sodass wir, wir müssen nicht raus, aber irgendwann um 8 Uhr oder etwas danach müssen wir dann so oder so schliessen. Also, damit übergebe ich Ihnen das Wort. Bitte, Herr Melzer. Hallo. Ja, herzlichen Dank für dieses warme Willkommenswort. Das ist natürlich sehr schön, in meiner Heimatstadt vor so vielen freundlichen Gesichtern sprechen zu dürfen, vor allem auch in diesem Raum. Es ist jetzt 2021, wenn ich 30 Jahre zurückspule, 1991 im Oktober, saß ich hier, da irgendwo, wo Sie sitzen, am Boden. Das war meine erste Vorlesung an der Uni Zürich bei Professor Walter Haller, allgemeines Staatsrecht. Nachher erinnere ich mich nicht so richtig mehr, so was danach kam, aber da waren, dann 2011 war ich wieder in diesem Raum, hielt ich einen Vortrag zu Targeted Killing. Das war meine Diss, die ich bei Thürer geschrieben hatte, bei Professor Thürer an der Uni. Und ich hatte gerade das IKRK verlassen und war für zwei Jahre hier am Menschenrechtskompetenzzentrum bei Christine Kaufmann und arbeitete vor allem zum Thema private Sicherheitsfirmen und so weiter. Also, dieser Raum hat für mich eine gewisse Geschichte und es ist schön, hier zu sein. Ich bin eingeladen worden zum Fall Julian Assange zu sprechen, mit dem ich ja vor allem über meinen, oder überhaupt nur über meine Funktion als Sonderberichterstatter der Freien Nationen in Kontakt gekommen bin. Ich möchte deshalb kurz einen Kurzabrieb geben, eine Kurzvorstellung, was ist überhaupt ein Sonderberichterstatter? Mal schauen, ob ich das hinkriege. Also, was tut eigentlich ein Sonderberichterstatter? Hier einfach ganz kurz, dass wir ein bisschen sehen, was ist überhaupt meine Funktion? Das kann Sie vielleicht auch interessieren in Bezug auf andere Fälle, mit denen Sie auch schon in Kontakt waren, mit denen ich auch arbeite. Warum mischt sich der Sonderberichterstatter zum Beispiel im Fall Brian ein im Kanton Zürich und so weiter? Da kriegen Sie vielleicht gewisse Antworten. Also, was ist ein UNO-Sonderberichterstatter? Und ich spreche jetzt vom Sonderberichterstatter für Folter und unmenschliche Behandlung. Es gibt zu verschiedenen Menschenrechten Sonderberichterstattermandate. Es gibt auch zu gewissen Ländern, also Nordkorea, Syrien, Iran und so weiter, spezifische Expertenmandate. Aber es sind also alles Expertenfunktionen. Man ist unabhängig von der Hierarchie der UNO. Man ist nicht angestellt, sondern es ist ein Ehrenamt. Man ist auch nicht bezahlt, man macht das neben seiner meist akademischen Funktion und wird aber ernannt vom UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Das ist das Gremium, das sich mit Menschenrechten befasst und das Staatengremium der UNO. Das sind 47 Staaten, die so im Rotationssystem Mitglieder sind in diesem Rat. Und diese Staaten ernennen dann periodisch diese unabhängigen Experten. und das sind Mandate von drei Jahren, die einmal verlängert werden können. Ich komme jetzt am 1. November in mein sechstes Jahr, mein letztes in diesem Mandat. Das kann ich nachher nicht mehr übernehmen. Ich könnte dann Sonderberichterstatter für etwas anderes werden. Ich nehme aber an, nach dem Julian Assange Fall werden sich die Staaten eine Pause wünschen. und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich habe zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von der UNO, die mir zur Verfügung gestellt sind. Die sind einquartiert beim Hochkommissariat für Menschenrechte. Das ist der schöne Palais Wilson am Genfersee. Die dürfen dort arbeiten. Ich muss zu Hause arbeiten oder wo ich in den Unis dann mein Büro habe. Also die Sonderberichterstatter haben bei der UNO selber keinen Arbeitsplatz. Die bleiben, wo sie sind, weil sie eben Ehrenämter sind, arbeiten auf ihren angestammten Funktionen weiter und müssen dann einfach zumindest 30% ihrer Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Meist ist es dann 100% und man arbeitet dann einfach in die Nacht durch auch noch. Aber das ist so. Und in meinem Fall geht es darum, dass sich die Einhaltung des Folter- und Misshandlungsverbotes weltweit überwachen soll. Und zwar tue ich das auf drei verschiedene Arten. Also ich mache offizielle Länderbesuche mit einem Team. Da nehme ich dann auch noch einen Forensiker mit, einen Arzt und evaluiere dann das Gefängnissystem, besuche Polizeistationen, Geheimdienstgefängnisse, Militärgefängnisse, überall, wo Menschen ihrer Freiheit entzogen werden können. Das können auch Psychiatrien sein, Waisenhäuser und so weiter. Und dort kann ich dann ohne Zeugen mit den Insassen sprechen und dann natürlich auch mit den Behörden, die Gesetzgebung evaluieren, die Rechtsprechung in Bezug auf die Einhaltung des Folterverbotes, Polizeikräfte, wie sie die Demonstrationen managen und so weiter. Das gehört alles auch zu diesem sehr, sehr breiten Mandat. Also wenn man Folter so aus das Wort ausspricht, hat man meist so ein Bild von einem Verhör mit irgendwelchen Greifzangen und so oder Elektroschocks, also physischen Folterinstrumenten. Aber Folter ist ein viel, viel, viel weiterer Begriff. Es kann auch psychische Folter sein, dass man jemanden ohne physische Mittel versucht zu brechen. Und es ist ja auch nicht nur das Folterverbot, sondern das Verbot von Folter und Misshandlungen. Also es sind andere, das heißt Folter und andere, auf Deutsch grausame, unmenschliche, unentwürdigende Behandlung oder Bestrafung. Das ist sehr, sehr, sehr breit. Das kann von einer unberechtigten Beleidigung ausgehen. Also ein Verhafteter wird von einem Polizisten zum Beispiel einfach beschimpft. Das ist schon entwürdigend. Es ist vielleicht nicht der schwerste Fall einer Konventionsverletzung. Aber es beginnt schon dort, nicht? Und kann dann natürlich bis zu Todesstrafe und vor allem dann auch Hinrichtungsmethoden, die sehr, sehr grausam sind. Da gibt es eine ganz große Palette. Und das ist alles abgedeckt von diesem Mandat. Und also ich mache diese Länderbesuche und berichte dann auch meine Erkenntnisse dem Menschenrechtsrat. Und diese Berichte sind auch alle öffentlich zugänglich. Es gibt eine gewisse Karenzfrist, wo das Ganze vertraulich bleibt. So zwei Monate, wo man mit dem Staat das aushandeln kann, der vielleicht noch Änderungen einbringen kann. Aber nachher. Und das ist ganz wichtig. Das ist der Unterschied, sagen wir zu meiner Funktion damals beim IKRK, wo alles vertraulich blieb. Beim IKRK sagt man, was man tut, aber nicht, was man sieht. Und hier meine inhaltlichen Berichte, die werden alle öffentlich gemacht. Das Zweite, was ich tue, ich habe zweimal pro Jahr die Gelegenheit, einen thematischen Bericht dem Menschenrechtsrat und respektive der Generalversammlung in New York vorzulegen. Und ich kann das Thema selber aussuchen. Also ich kann ein Thema auf die internationale Agenda bringen und tue das völlig unabhängig. Also ich kann selber wählen, was ich jetzt da wichtig finde. Und ich habe so Themen ausgewählt wie Migration und Folter oder psychische Folter oder Korruption und Folter. Also diese großen Phänomene, wie die zusammenhängen und wie die eben dann zum Teil die Umsetzung des Folterverbots erschweren, sagen wir Korruption. Oder wie die Umsetzung, der Schutz der Menschen vor Folter und Misshandlung im Migrationsbereich sehr schwierig sein kann und so weiter. Also man kann so die Themen dann so auf die Agenda setzen und hat dadurch natürlich eine große Sichtbarkeit. So, Länderbesuche, thematische Berichte und das, was uns heute wahrscheinlich am meisten interessiert, sind die Individualbeschwerden. Jedes Individuum, das der Folter ausgesetzt wurde oder in Gefahr läuft, der Folter ausgesetzt zu werden, kann sich bei mir melden. Das ist nicht an ein gewisses Verfahren gebunden. Also man muss nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft haben oder eine Strafanzeige gemacht haben oder irgend so etwas. Sondern man kann das völlig informell in jedem Stadium, auch wenn nur berechtigte Anzeichen bestehen, dass es zu Folter kommen könnte, wenn jemand bedroht wird, vom Geheimdienst anonyme Anrufe bekommt oder so, in einem entsprechenden Kontext kann das schon eine Intervention verlangen. Meinerseits. Und das kann nicht nur die betroffene Person mir zur Kenntnis bringen, sondern eigentlich jeder Zeuge, jede Zeugin, die davon weiß, jede Privatperson. Normalerweise sind es Anwälte, Familienmitglieder oder sogar NGOs, die, sagen wir, in gewissen Gebieten große Zahlen von Fällen sammeln und dokumentieren und mir das dann unterbreiten. Und das wird dann von meinem Team gesichtet, konsolidiert, wenn Unklarheiten bestehen und wenn wir dann die Informationen beisammen haben, und wird das zu mir geschickt und ich muss das dann evaluieren, ob ich intervenieren will oder nicht. Und damit Sie eine Idee der Größenordnung haben, ich bekomme etwa 10 bis 15 Anfragen pro Arbeitstag und kann eine im Schnitt etwa beantworten. Das gibt dann diese 100 bis 200 Beschwerden pro Jahr, die ich umsetzen kann in eine sogenannte Official Communication, also ein Urgent Appeal, wenn es dringend ist, oder ein sogenannter Allegation Letter, in dem einfach die Hinweise übermittelt werden. Und auch diese Schreiben haben nicht die Funktion, dass das jetzt gesicherte Beweise unbedingt sind, sondern einfach glaubhafte Beweise, die glaubhaft genug sind, dass sie besorgniserregend sind und deshalb eine Intervention rechtfertigen. Und das Ziel ist, dass die Regierungen jetzt diesen Fall untersuchen sollen. Also die eigenen Behörden einsetzen sollen, um das zu untersuchen und dann mir wieder Bericht zu erstatten, ja, eben, also die Fragen zu beantworten und allenfalls, falls sich eine Verletzung ergeben hat, dann natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Also zum Schutz der Person, zur Kompensation, Entschädigung, aber auch zur Bestrafung der Verantwortlichen. Also es geht nicht darum, dass ich die Behörden ersetze, sondern ich bin so ein Auslöser, nicht? Also ich nehme die Informationen entgegen und habe so meine Trillerpfeife, nicht? Und nachher muss das dann eigentlich vom Staat untersucht werden. Und da mich ja die Staaten selbst ernannt haben, können sie auch nicht gut sagen, ja, warum mischen sie sich ein, nicht? Sie haben mich ja dann mit beauftragt, nicht ein. Also wie wenn die Fußballteams bei einem Schiedsrichter, wenn der pfeift, sagen wir, was mischen sie sich in unser Spiel ein, nicht? Das ist irgendwie nicht so ganz der Sinn. Also, so, das ist so das Grundprinzip. Aber es heißt natürlich, dass ich sehr selektiv sein muss, nicht? Ich muss, ich kann nur einen von zehn machen. Und der Unterschied zu gewissen Vertragsmechanismen, einfach um das noch klarzustellen, es gibt ja auch diese Anti-Folter-Konvention der UNO, da gibt es einen Ausschuss, das Committee Against Torture, es gibt das Subcommittee, das macht auch so Länderbesuche, aber sie sind natürlich beschränkt auf die Staaten, die diese Staatsverträge ratifiziert haben. Das sind nicht immer die Staaten, die die Besuche am nötigsten haben, nicht? Und dort habe ich den Nachteil, dass die Staaten mir gegenüber keine staatsvertraglichen Verpflichtungen haben. Ja, also gut, sie sind bei der UNO, Arta, das ist auch ein Staatsvertrag und so. Aber sie müssen meine Staatsbesuche nicht akzeptieren. Ich kann sie beantragen, wenn sie mich nicht einladen, kann ich nicht viel machen, als einfach einen Pressrelease rauslassen und sagen, ja, zum Beispiel jetzt Indien, da habe ich jetzt seit fünf Jahren jedes Jahr angefragt und jedes Mal entweder keine Antwort bekommen oder eine abschlägige. Das kann man, so ein bisschen das Naming und Shaming, kann man das natürlich in der Generalversammlung mal erwähnen. Aber, also nicht um jetzt Indien zu isolieren, also China, Russland und so weiter, USA ist genau gleich. Einfach all die Staaten, die es sich leisten können, mich nicht zu empfangen, tun das auch. Also, dass sie mich nicht empfangen. Und es sind die meisten Staaten, die entweder das in der Menschenrechtspolitik drin haben, also Staaten, die ja auch finanzielle Unterstützung oft brauchen von internationalen Organisationen und dann gewisse Human Rights Targets erreichen müssen, die laden mich dann ein. Also das ist so ein bisschen nicht ganz so idealistisch, wie man sich das vorstellt. Also, aber da können wir dann auch noch drüber sprechen. Ich könnte jetzt überall wieder ein Fenster öffnen und einen Vortrag dazu halten. Aber das ist einfach, um Ihnen ein bisschen so die Idee zu geben, wo so die Berührungspunkte sind und die Schwierigkeiten. Der Vorteil ist aber, weil mein Mandat nicht an einen Staatsvertrag gebunden ist, bin ich für alle UNO-Staaten zuständig. Also auch für die Staaten, die keinen Menschenrechtsvertrag unterzeichnet haben. Ich kann also, und sogar aspirierende UNO-Mitgliedstaaten, also Kosovo zum Beispiel oder Palästina könnte ich auch besuchen. Kosovo habe ich besucht. Ich habe sogar die Rebellengebiete besucht in der Ostukraine. Die haben das akzeptiert, weil sie sich als unabhängige Republiken verstehen und UNO-Mitgliedstaaten werden wollen. Und dachten, ja, dann können wir mal den Sonderberichterstatter empfangen. Und ich war dadurch dann der Einzige, der Zugang zu diesen Rebellengefängnissen bekam, wo sogar das IKRK nicht reinkommt. Aber wiederum, nicht aus idealistischen Gründen, sondern da war natürlich eine politische Agenda dabei, dieser Rebellengruppen nicht. Aber das könnte ein Vertragsmechanismus gar nicht tun. Die können nur die Staaten besuchen, die den Vertrag ratifiziert haben. Ich bin gleich am Schluss noch, einfach auch zu sagen, und das ist vielleicht wichtig, eben auch im Assange-Fahr, aber es ist sehr individualisiert, diese Sonderberichterstatter-Mandate. Das heißt, man ist wirklich unabhängig, man darf keine Instruktionen entgegennehmen. Auch selbst der Generalsekretär der UNO oder die Hochkommissarin für Menschenrechte können mir keine Anweisungen geben, wie ich mein Mandat ausüben soll. Es gibt einen Verhaltenskodex, den ich einhalten muss, und das ist dann auch schon alles gewesen. Also ich kann höchstens abgesetzt werden vom Menschenrechtsrat selber, von diesen 47 Staaten. Aber sonst bin ich wirklich unabhängig und dadurch auch, weil das Team so klein ist, muss ich keine Hierarchien konsultieren und kann auch schnell reagieren. Also ich kann in 24 Stunden reagieren. Wenn jemand ausgeliefert werden soll, hingerichtet werden soll, bin ich meistens dann die letzte Adresse, die dann auch noch zum Einsatz kommt. Jetzt möchten wir aber nicht über mich sprechen, sondern über den Assange-Fahr und wie ich auf den gekommen bin. Also hier auch in der Nutshell, um hier nicht stundenlang zu sprechen, Wikileaks ist eine Whistleblower-Plattform oder es ist eine Organisation, die eine Whistleblower-Plattform etabliert hat. Das Internet, also 2006, 2007 so, etabliert worden ist und das Internet benutzt dazu, um Whistleblower eine anonyme Plattform zu geben, Möglichkeit zu geben, wo sie geheime Informationen anonym übermitteln können, ohne selbst von Wikileaks erkannt zu werden. Also Wikileaks selber, die Organisation, weiß nicht, wer die Quellen sind, in den allermeisten Fällen, und also bietet jedenfalls diese Möglichkeit an. Und natürlich durch das Internet kann auch die Quantität, das Quantitative, also wie viele Informationen hier übermittelt werden können, eigentlich unbegrenzt. Und die Organisation hat auch zugesichert, dass sie das nur minimal redigieren wird oder zensurieren wird, also höchstens in dem Fall, wo jemand gefährdet werden könnte, würden sie das tun. Und der Rest wird einfach fast kommentarlos ins Netz gestellt, um der Öffentlichkeit die Originaldokumente zugänglich zu machen. Und nicht, sagen wir so, in der Mainstream-Presse ist es eher so, dass die Presse sagt, das Dokument liegt uns vor, und dann sprechen sie über das Dokument, aber es wird eigentlich selten einfach delkel ins Netz gestellt. So, und ich habe das ein bisschen, das kommt natürlich aus dem Englischen, the elephant in the room. Also Wikileaks, oder jetzt Assange hier mit seiner Taschenlampe, die er den Elefanten im Raum beleuchtet hat, 2010 war das große Jahr, wo Wikileaks durch wahrscheinlich einen Glücksfall von Wikileaks ausgesehen, von den USA nicht so, den Kontakt hatte mit dem damals Soldaten Bradley Manning, heute identifiziert sie sich als Chelsea Manning, das war so ein Intelligence Analyst in Irak, und die hat Missbräuche gesehen, Kriegsverbrechen gesehen, hat intern sich beschwert, kam nicht weiter und hat sich dann entschieden, das an die große Mainstream-Presse herauszugeben, die waren aber nicht interessiert, und dann hat sie sich am Schluss an Wikileaks gewandt. Und da kam dann dieses berühmt-berüchtigte Video als erstes im April 2010 an die Öffentlichkeit Collateral Murder, wo man sah, wie eine Helikoptercrew der Amerikaner im Irak unbewaffnete Menschen niedermäht und dann auch noch Verwundete erschießt, wo es ganz klar ist, dass die verwundet sind und eben auch vom Kriegsvölkerrecht selbstverständlich geschützt sind. Und dann auch die Rettungspersonen, die versucht haben, das Leben zu retten, dieser Verletzten, die haben sie dann auch noch erschossen. Und das wird dann auch sehr, natürlich eins zu eins kommentiert, man hört die ganze Tonspur auch, und das ist schon ziemlich erschütternd, wenn man dann das mitkriegt, wie eben Operationen in diesen Kontexten wirklich ausgeführt worden sind. Und das war das große Beispiel, das Sie wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben, wenn nicht, empfehle ich Ihnen, wenn Sie mal stabil sind und irgendwo sitzen und das sich mal anzuschauen, das ist wirklich sehr eindrücklich. Und das war so der Paukenschlag, nachdem kamen dann sehr große Veröffentlichungen von Zehntausenden von Dokumenten, im Sommer 2010 90.000 Afghan War Diaries, also Reports aus dem Feld der US-Armee in Afghanistan, dann im Oktober, glaube ich, war es 2010, zum Irak-Krieg, auch, glaube ich, mehr als 100.000, und dann im November begann die Veröffentlichung von einer Viertelmillion diplomatischer Depeschen, also Korrespondenz interner US-amerikanischer Korrespondenz zwischen ihren Botschaften überall in der Welt und Washington. Und daraus, das war natürlich sehr peinlich für die Amerikaner, aber ich würde sagen, mehr als peinlich, weil vieles waren natürlich auch Beweise für ganz handfeste Völkerrechtsverbrechen, Folter, Mord, Ermordung von Zivilisten, aber auch die ganze Kollusion der Behörden, wie sie die Straflosigkeit der irakischen Armee zum Beispiel sicherstellten, wenn es zu Folter kam und so weiter. Es geht aber weiter, es geht auch um Umweltverschmutzung, also ich sage es mal, Kriegsverbrechen, Folter, Korruption auf großem Stil, also auch die ganzen Zusammenarbeit der verschiedenen Geheimdienste, vor allem der westlichen Staaten, hinter dem Rücken der Öffentlichkeit, bei anderen Diktaturen und so. Jetzt war das jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber dass das eben auch in westlichen Demokratien der Fall ist, war schon ziemlich neu für einen großen Teil der Öffentlichkeit. Auch große Firmen wurden an den Pranger gestellt, ganz früh die Bank Julius Wehr einmal, Trafigura, wo es um Giftmülldumping ging und so weiter. Also das ist so das Bild, was Wikileaks gemacht hat und wie dieser Elephant in the room dann reagiert hat, das ist, worum es jetzt geht im Assange-Fall nicht. Man sieht, die Presse hat auch die Aufmerksamkeit umgekehrt, man hat im Prinzip sehr schnell ihm diesen Spotlight, diesen Scheinwerfer aus der Hand gerissen, ihn auf ihn gerichtet und das Ganze zu einer Geschichte des Individuums gemacht. Assange, der Vergewaltiger, der sich der Gerechtigkeit entzieht, Assange, der Hacker, der Spion, Assange, der hat Blut an den Händen, hat Menschen gefährdet, ist ein Egomaner, ist ein Narziss, fährt Trollbrett in der Botschaft, füttert seine Katze nicht. Also das sind so die Geschichten, und er hat einen hässlichen Bart und rasiert sich nicht und putzt seine Zähne nicht. Aber wirklich, das waren die Schlagzeilen, sehr bald. Und das ist schon, und der Elefant im Raum, der ist eigentlich verschwunden. Und wenn Sie in der Presse auch heute sehen, also heute und gestern war der Berufungsprozess, ich könnte Ihnen das Urteil wahrscheinlich schon mitteilen, auch wenn es noch nicht verkündet worden ist, aber es ist voraussehbar im Big Picture, wir kommen noch dazu, worum es hier wirklich geht. Und wenn man sich das anschaut, zehn Jahre lang, also seit 2010, wir sind jetzt 2021, hat sich die große Diskussion praktisch nur noch um Assange gedreht, um die Person. Und er hat eine große Unterstützerschaft, aber natürlich auch viele Menschen, die ihn verurteilen, alle haben eine Meinung zu Assange, die wenigsten kennen ihn, die wenigsten wissen, woher sie diese Meinung wirklich haben. Aber es ist sehr polarisiert, aber dem Elefanten im Raum, dem ist das alles recht. Sie können für den Assange sein oder gegen den Assange. Sie haben ja freie Meinungsäußerung, solange Sie nur über Assange diskutieren, geht das gut. Aber bitte nicht Kriegsverbrechen, dort sollten Sie nicht darüber diskutieren. Darum geht es hier. Und das war mir aber nicht so bewusst, weil ich war auch so am Receiving-End, ich war sehr stark beeinflusst von diesem Narrativ von Assange, der Dreckspatz, der irgendwie der verwöhnte Feigling, der sich da irgendwie versteckt vor schwedischen Vergewaltigungsvorwürfen in einer Botschaft und habe das eigentlich nie richtig hinterfragt. Ich habe mich auch nie wirklich mit diesem Fall befasst. Und die Frage ist dann eben, ja warum befasse ich mich jetzt damit? Also was ist das Problem in diesem Fall für einen Folter-Sonderberichterstatter? Ich möchte es mal so sagen und ich erkläre dann die einzelnen Statements hier noch. Julian Assange zeigt klare Symptome von psychischer Folter und Misshandlung. Das haben wir medizinisch abgeklärt, ich komme noch drauf. Einfach der zweite Punkt, es droht ihm eine Behandlung, eine Haftbedingungen in den USA bei einer Auslieferung, die ganz klar die Folter- und Misshandlung, das Verbot verletzen würden. Und er hat aber auch mit seiner Organisation Folter und Misshandlung enthüllt. Die wurden aber nicht, diese Verbrechen wurden nie verfolgt, nie bestraft. Und das ist natürlich alles relevant für mich. Also wenn ein Staat klare Hinweise für Folter bekommt und das nicht verfolgt, dann ist das eine Verletzung an die Folterkonvention. Und natürlich, wenn er jemanden ausliefert an einen Staat, wo er gefoltert werden könnte oder misshandelt werden könnte, ist das auch eine Verletzung des Folterverbotes. Jetzt ist aber natürlich die Frage auch, wenn man sich diesen ganzen Fall jetzt anschaut, wie ich ihn jetzt dann darlegen werde, sieht man auch, dass das Vorgehen der Staaten, wir sprechen hier von westlichen Demokratien, nicht von irgendwelchen Unrechtsstaaten, mit einem Diktator, der schon seit 55 Jahren das Sagen hat und die 50 Jahre vorher sein Vater. Also das sind jetzt demokratische Rechtsstaaten, wie Großbritannien, Schweden, USA, Ecuador. Das sind, klar, bei den USA haben wir einen machtpolitisch sehr einflussreichen Staat, da haben wir auch schon gesehen, dass es nicht immer als korrekt zu und her geht. Aber doch, das Vorgehen in diesem Fall ist grotesk und ich werde das jetzt nachher dann darlegen. Und bedroht aus meiner Sicht ganz fundamental nicht einfach den Assange als Person, sondern die Integrität unserer rechtsstaatlichen Institutionen. Und das ist natürlich schon ein Grund, wenn es um ein systemisches Problem geht, dass ich das wirklich dem Priorität gegeben habe. Das geht mir wirklich um das Systemische, vor allem in diesem Fall natürlich auch um Assange, da ist aber nicht wichtiger oder weniger wichtig als jedes andere Folteropfer, von dem es Millionen gibt auf der Welt. Ich habe begonnen mit einem Besuch, mit einem Ärzteteam zusammen bei ihm in Belmarsh am 9. Mai 2019. Ich war schon im Dezember 2018 kontaktiert worden von seinen Anwälten. Er war damals noch in der Botschaft, die kontaktierten mich und ich weiß noch, ich schrieb da so einen Bericht über Korruption und Folter und über politische Korruption auch und wie das zu Folter führen kann. Und ich saß auf dem Bildschirm, kam so eine Message rein, die sagte, ja, Assange is asking for your protection. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte diese emotionale Reaktion, nein, der nicht. Also das ist doch eben dieser, mit seiner schwarzen Lederjacke und den weißen Haaren, der da irgendwie vor der Botschaft steht, und das ist doch dieser Vergewaltiger, dieser Hacker, der möchte mich nur manipulieren, habe ich keine Zeit. Und habe das ignoriert. Und ein paar Tage später kamen ein paar Kollegen von mir, andere Sonderberichterstatter, kamen mit einem Pressrelease heraus, wo sie die Briten aufgefordert haben, ihn aus der Botschaft zu lassen, ohne ihn zu verhaften. Und ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Mir war das wirklich so ein bisschen, ging an mir vorbei. Im März 2019 kamen seine Anwälte nochmal zu mir und sagten, bitte schauen Sie sich das an. Wir haben Gerüchte empfangen oder Informationen empfangen, dass er wirklich sehr bald ausgewiesen werden soll aus dieser Botschaft. Wir befürchten, dass er in die USA ausgeliefert wird. Und sie schickten mir ein paar Beweismittel mit. Unter anderem ein Gutachten von einer bekannten Ärztin in den USA, die aber keine Assange-Aktivistin ist, die Sondra Crosby. Das ist eine der ersten unabhängigen Ärztinnen, die Guantanamo besucht hat. Und die hat ihn in der Botschaft besucht und untersucht und kam zu einem wirklich vernichtenden Schluss in ihrem ärztlichen Gutachten, dass die Behandlung von Assange der Anti-Folter-Konvention widerspricht. Und dann dachte ich, aber gut, wenn die zu dem Schluss kommt, dann sollte ich mir den Fall wahrscheinlich schon zumindest mal anschauen. Aber ich machte das wirklich ein bisschen mit Widerwillen. Es gab da noch ein paar andere Beweisstücke dazu, aber das war so der große Auslöser. Und ich merkte dann aber sehr schnell, ich kann mich eigentlich gar nicht objektiv informieren, weil die ganzen Quellen, ich weiß nicht, welche Quellen überhaupt zuverlässig sind. Das ist so stark politisiert. Ich muss eigentlich selber hingehen. Ich muss hingehen, ich muss den besuchen und ich muss zwei Ärzte mitnehmen. Also mindestens einen. Ich war froh, konnte ich zwei mitnehmen, um ganz sicher zu sein, dass man mir nachher nicht einen Vorwurf machen kann, ich habe mich manipulieren lassen, ich habe mich politisieren lassen und so weiter. Und ich dachte einfach, das ist so heikel, so delikat, dieses Umfeld, da muss ich wirklich möglichst viel objektive Informationen sammeln können. Und ich wollte den eigentlich in der Botschaft noch besuchen, habe am 5. April 2019 die Ecuador und Großbritannien aufgefordert, ihn nicht auszuweisen, zwei Wochen einen Freeze zu machen, damit ich kommen kann und den Fall untersuchen kann. und das war am Freitag, am 5. April, am Montag, am 8. April, habe ich die Schreiben übermittelt. Drei Tage später haben sie ihn ausgewiesen. Aber 24 Stunden vorher bekam ich noch ein liebes, nettes Schreiben vom Botschafter Großbritanniens in Genf. Ja, Herr Sonderberichterstatter, selbstverständlich können Sie den Assange in der Botschaft besuchen, aber der ist ja da und so, der ist ja schon lange da. Aber Sie können sich, also die Treffen, die ich mit den britischen Behörden auch noch wollte, das können Sie, das sei nicht notwendig, das erachten Sie für nicht zielführend, weil das sei ja völlig spekulativ, dass der verhaftet werden könnte. Weniger als 24 Stunden später wurde der verhaftet. Und man weiß heute aus den Tagebüchern des Ministers Alan Duncan, der zuständig war für die Operation, die In the Thick of It, das ist die Biografie, die er veröffentlicht hat. Eigentlich hätte es schon im Januar stattfinden sollen. Also die Behörden wussten ganz genau, dass er am nächsten Tag verhaftet wird. Und die haben also auf mein Mandat wirklich irregeführt, damit natürlich auch ganz bewusst. Und das, das hat mich ein bisschen verunsichert. Ich bin ja nicht eben die NGO oder der Journalist, ich bin ja ernannt von den Staaten, um meine Rolle zu spielen. Und dass die mich ganz bewusst irgendwie ins Abseits geleitet haben, damit sie noch schnell und dann ganz so schnell schnell den ausgewiesen haben. Und ich habe dann auch gesehen, wie er ausgewiesen worden ist. Er war ja fast sieben Jahre in dieser Botschaft, hatte die äkadorianische Staatsbürgerschaft, hatte diplomatisches Asyl, formell erhalten. Und er wurde am Morgen um neun Uhr informiert vom Botschafter. Heute entziehen wir die Staatsbürgerschaft, heute entziehen wir das Asyl. Fast eine Stunde, um die Botschaft zu verlassen. Und als er sich geweigert hat, haben sie die britische Polizei hereingeholt und den abschleppen lassen. Ich sage jetzt nur, um Ihnen zu sagen, das waren für mich so ein bisschen die Alarmpunkte. Da klingelte der Alarm, da stimmt doch was nicht. Normalerweise, wenn ich einen Staat wie Großbritannien bitte, eine Situation mal stabil zu halten, damit ich kommen kann, als UNO-Experte, dann machen die doch das. Das war ja keine Eile. Aber vielleicht war es gerade die Eile eben die, dass ich kommen wollte und das Ganze untersuchen wollte und die wahrscheinlich vollendete Tatsachen erschaffen wollten, bevor ich komme. Und das hat bei mir dann so ein bisschen, das waren so diese Verdachtsmomente, die sich so ein bisschen akkumuliert haben, gedacht haben, jetzt erst recht, jetzt möchte ich nach Belmarsch, ich muss den besuchen und ich muss diese Ärzte mitnehmen. Das habe ich dann eben gemacht. Und auch dort wieder, man kann sich nicht so viel ins Detail gehen, so viel Zeit haben wir nicht, aber ich habe schon gesehen, wie die Briten sich verhalten haben. Überall auf der Welt, wenn ich ein Gefängnis besuche, erwartet mich der Gefängnisdirektor. Ich werde da durch die Sicherheitskontrollen geschmuggelt, geführt. Ich hatte schon den nächsten Satz, weil ja niemand denkt, dass ich Waffen reinschmuggeln werde, oder irgend sowas, oder Drogen verkaufen werde, wenn ich da mal drin bin. Das ist ja eigentlich absurd. Überall auf der Welt ist das so, aber in Belmarsch, als ich Assange besuchen wollte, war nicht mal der Direktor da. Da waren die am Empfang, ja, wer sind sie? Nee, also UNO kennen wir nicht. Für die Besucher gibt es da 500 Meter weiter unten in ein Zentrum, da können sie sich anmelden und so, und da können sie dann ihre Tasche lassen und ihren Kugelschreiber und ihr Telefon und so. Und da war aber keine Ansprechperson, ja. Die mussten das über uns ergehen lassen und kamen so natürlich mit einer Stunde Verspätung zusammen mit den Familien und so, die ihre Angehörigen besuchen wollten, kamen wir da ins Gefängnis rein. Also wir wurden, ich nenne das ein bisschen Soft Harassment, ja. Man wollte mich provozieren, dass ich da protestiere, vielleicht den Besuch unterbreche, ja, und so, und da können die Briten sagen, ja Moment, wir haben ja, war ja alles ein kleines Missverständnis und so, hat überreagiert und wir haben ja den Zugang gegeben. Das kenne ich natürlich auch aus dem IKK, aus dem Feld, an den Checkpoints und so, das ist immer wieder so ein bisschen der Ansatz, um jemanden dazu zu bringen, einen Besuch eben doch nicht durchzuführen. Ich habe das dann gemacht, also ich bin, ich habe das durchgehalten, mit einer Stunde Verspätung war ich dann dort und habe dann geschaut mit der Hierarchie, dass der Besuch verlängert wird. Wir haben den dann vier Stunden lang untersucht, die Ärzte separat voneinander, ich hatte auch ein bilaterelles Gespräch mit ihm und er zeigte ganz klar, also die Symptome, die man erwarten würde, bei jemandem, der sehr lange isoliert worden war, also wirklich, das kann sich die ärztliche Diagnose nicht so ausbreiten, aber es sind sehr starke Angstzustände, Stresszustände, die weit, weit über das hinausgehen, was jemand normalerweise in einem Gefängnis erleben würde. Also der schläft dann gar nicht mehr, hat zum Teil Halluzinationen, hat auch in seiner Art und Weise im Gespräch, er wurde ja auch noch mit einem leichten Autismus diagnostizierten Asperger's Syndrome, das hat man gemerkt, sehr intelligent, also er kann wirklich sofort in eine philosophische Diskussion über die Menschenrechtsmechanismen seit dem Altertum usw. involvieren und das ist auch wirklich spannend, aber ich hatte natürlich nicht so viel Zeit und musste einen Fragenkatalog abarbeiten und ich musste immer wieder irgendwie aus dem Gespräch herausholen und sagen, ja, Moment mal, ich muss jetzt wissen, haben Sie einen Hofspaziergang pro Tag oder wie viel oder wie kommen Sie zu essen und wo sind die Duschen usw. Also das war ziemlich schwierig, das mit ihm zu machen, weil er ständig wieder wie eine neue Schublade öffnete und dann ein Riesengespräch initiierte, das war wie in seiner Innenwelt drin und das ist, finde ich, wichtig, dass man das weiß, weil gerade wenn wir dann auf gewisse Vorwürfe gegen ihn kommen, spielt das eine große Rolle. Er wurde, dieser Charakterzug, den er hat oder dieses Verhalten, das er hat, dieses leicht in sich geschlossene, hat ihm sehr viele Probleme verursacht. Die Ärzte machten dann kognitive Tests, neurologische Tests und sagten, das ist ganz eindeutig, dass schon physisch messbare Konsequenzen da sind, die sehr typisch sind für Menschen, die psychisch schon voll daraus gesetzt sind, posttraumatische Stresssyndrom usw. war dann sehr markant und haben gewarnt, das muss stabilisiert werden, sonst geht das schnell in eine Abwärtsspirale. Das war dann auch so, neun Tage nach meinem Besuch wurde er in die Krankenabteilung überführt, weil er starke Selbstmordgedanken hatte und einfach psychisch stabilisiert werden musste mit Medikamenten. Habe ich jetzt die falsche. Genau, ich habe dann meine Schlussfolgerungen mit den Behörden besprochen und hier wurde es dann wirklich sehr seltsam. Also ich habe ein offizielles Schreiben an Schweden, an Großbritannien, an die USA und an Ecuador geschickt, an die vier Staaten, die zu diesem Krankheitsbild beigetragen haben mit ihrem Verhalten und in allen vier Fällen haben die Staaten sich geweigert, mit mir einen Dialog zu führen zu diesem Fall. Man hat mir so Plattitüden zurückgeschrieben, ja, nein, also wir weisen alle Vorwürfe zurück und der wird korrekt behandelt und er war ja freiwillig in dieser Botschaft, können wir nichts dafür, der muss jetzt irgendwie, ich soll mich da im Prinzip nicht einmischen. Also Jeremy Hunt, der Außenminister, hat sich dazu hinreißen lassen, nach meinem Press Release einen Tweet abzuschicken, ja, eben ich solle mich nicht in die britische Justiz einmischen und meine inflammatory Remarks und so soll ich bleiben lassen, nicht? Der Assange sei ja frei gewesen, diese Botschaft jederzeit zu verlassen. Ich habe dann, normalerweise antworte ich ihn nicht auf Twitter, aber in diesem Fall hat er die Korrespondenz dann gewählt. Ich habe ihn dann zurückgeschrieben, sozusagen, auf Twitter. Ja, Assange war etwa so frei, die Botschaft zu verlassen, wie jemand, der auf einem Gummiboot sitzt, in einem Shark Pool. Und das war wirklich so, das finde ich ganz wichtig, dass man sich überlegt, was wäre mit dem Mann geschehen, hätte er die Botschaft verlassen, wir haben sie jetzt gesehen, er wurde verhaftet, wurde sofort ins Hochsicherheitsgefängnis überführt, es wurde ein Auslieferungsgesuch der USA gestellt und selbst die Briten selber haben ja im Januar dann ihren Urteil gesagt, er kann nicht in die USA ausgeliefert werden, das würde seine Menschenrechte verletzen und also hat er ja eigentlich recht, dass er dieses Asyl beantragt hat und Ecuador hatte recht, dass sie ihm das Asyl gegeben haben. Die vier Staaten, ich habe dann ein Follow-up-Schreiben noch gemacht, habe Beweismittel vorgelegt und ich muss auch sagen, das war so ein eskalatorischer Prozess, nicht? Bei jedem Missverhalten der Staaten, ich dachte, das stimmt doch was nicht, also warum können die mir nicht antworten, warum kann ich nicht ein Meeting haben mit dem Botschafter der USA, Großbritannien, Schweden und Äquador und die Sache mal einfach besprechen, warum geht das nicht? Warum, wenn ich in London bin, setzt man mich nicht mit dem Minister zusammen? Ich habe meinen Ansprechpartner, im diplomatischen Protokoll, ist der Außenminister des UNO, Miklidstaats. Das ist immer das Eröffnungsgespräch, findet auf Ministerebene statt. Da kann man die politischen Fragen erörtern und dann kann man für die technischen Details dann mit den Verwaltungsleuten sprechen. Aber das hat man mir verweigert, in Großbritannien hat mich sofort nur mit den Verwaltungsleuten zusammengesetzt, die können den Fall nicht lösen, die können mich nur informieren, welche Gesetze hier zur Anwendung kommen. Also ich möchte hier mit kurz sagen, die Behörden waren ganz klar nicht daran interessiert, eine Lösung zu finden, die hatten schon eine Lösung und sie empfanden mein Interesse hier als sehr beunruhigend, als störend und wollten das abstellen. Ich habe dann aber gesehen, wenn ich im Menschenrechtsrat und in der Generalversammlung, als ich dort dann die Alarmklingel zog, waren die Reaktionen auch sehr verhalten. Es war immer so eine Wand des Schweigens. Man hat mir nicht gesagt, warum ich nicht recht habe mit meiner Evaluation. Man wollte einfach nicht drüber sprechen. Als ich mal in Berlin war, hat mich das Auswärtige Amt eingeladen, sie möchten über den Fall Assange mit mir sprechen. Und dann dachte ich, ja, endlich! Deutschlands, mächtiger Staat, wichtiger Partner der USA, Großbritanniens, Schwedens sowieso, die wollen jetzt wahrscheinlich von mir die Informationen haben, damit sie dann hinter den Kulissen behilflich sein können. Ja, denkste, würde man sagen. Die haben mich eingeladen und dann als erstes, ja, Herr Sonderbrich der Stadt, also, dieser Fall Assange, ist das wirklich in ihrem Mandat? Gibt es da nicht wichtigere Fälle? Und so. Und dann dachte, dann habe ich das erklärt. Ja, natürlich, es gibt immer wichtigere Fälle, es gibt immer schlimmere Fälle. Aber das Problem hier ist, es ist ein systemischer Fall. Es ist ein Testfall für die Integrität unserer Systeme. Und als ich dann erklärte, dass dem im Hochsicherheitsgefängnis Bellmarsch der Zugang zu seinen Anwälten verweigert wird. Und er hat es mit den USA zu tun, auf der anderen Seite. Die haben ja unbeschränkte Ressourcen. Dann haben die mich nicht so betreten, angeschaut und gesagt, ja, aber da waren doch auch noch diese schwedischen Vorwürfe und so. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben die Schweden jetzt gerade fallen gelassen aus Mangel und von Beweisen. Und dann merkte ich, die wollten meine Dokumente meine Dokumente auch nicht lesen. Die hatten keinen einzigen meiner Berichte gelesen. Die wollten mich einfach davon abbringen, mich mit diesem Fall zu befassen und fanden, das würde meine Glaubwürdigkeit untergraben. Und so. Also das hat mich dann sehr, sehr beunruhigt. Es war unmöglich für mich mit der Hochkommissarin für Menschenrechte selbst mit ihr ein Treffen, ein bilaterales Gespräch zu haben. Sie wollte das nicht. Hat sich dort immer entzogen. und da sieht man, das ist wirklich so ein Pariah geworden. Ein Pariah, mit dem man sich nicht befassen will, wie wenn das ansteckend wäre, wenn man sich mit Assange befassen würde. Und daher dann jetzt meine Öffentlichkeitsarbeit. Ich sehe, ich nehme viel Zeit in Anspruch. Ich versuche, da nicht ganz so durchzuhetzen, aber ich werde mich von jetzt dann ein bisschen kürzer fassen. Das ist die Einführung, warum ich mich mit dem zu befassen habe. Ich dachte einfach, da ist so viel Rauch. Das kann nicht so ein kleines Feuer sein. Das hat sich immer wieder bestätigt in der Untersuchung von Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen. Wenn sehr viel Rauch gemacht wird, dann ist meistens auch ein großes Feuer da. Und dem wollte ich nachgehen. Das hat mich intrigiert. Und dort wollte ich, ich hatte mich da ein bisschen verbissen in diesem Fall. Ich wollte das nicht loslassen. Ich dachte, da muss ich jetzt meinen eigenen Scheinwerfer nehmen und das Ganze untersuchen und habe mich dann zuerst mal an Schweden gewandt, weil dort hat das Ganze begonnen. Also wir haben die Veröffentlichungen im Sommer 2010. Das größte League der Militärgeschichte, diese Afghanistan War Diaries, im Juli 2010. Zwei Wochen später ist Assange in Schweden und es ist ganz wichtig, dass man den Kontext versteht. Der war in Schweden für ein Seminar, ja. Aber er ging eigentlich dorthin, weil er einen Sitzstaat suchte für Wikileaks. Und Schweden hat sehr starken verfassungsrechtlichen Schutz für Pressefreiheit. Also wenn man ein anerkannter Publisher ist in Schweden, ist es fast unmöglich, dass die Regierung dort und die Justiz eingreifen kann in den Publikationsprozess. Deshalb wollte Wikileaks dorthin. Und die Schweden, die hatten die Regierung, wollten die natürlich nicht dort haben. Aber Assange war ein Held damals. Ein Großteil der schwedischen Bevölkerung stand hinter Wikileaks und die wollten, dass er hatte, einflussreiche Unterstützer. Und er war schon sehr weit vorgeschritten in der Etablierung von Wikileaks in Stockholm. Und Schweden allerdings seit den 90er Jahren hat seine Neutralität aufgegeben und ist eigentlich Teil des westlichen sicherheitspolitischen Systems geworden und sehr, sehr stark dienstfertig gegenüber den USA. Sie haben nach 9-11 zum Teil Menschen ohne jeden Rechtsprozess in der CIA übergeben, also Menschen, die in Schweden waren, Asylsuchende Ägypter. Zwei Fälle wurden auch verurteilt dafür. Die wurden an die CIA übergeben, von der Straße weg gekidnappt und dann in Ägypten gefoltert. Und das hat dann aber keine Konsequenzen gegeben in Schweden für die Verantwortlichen. Also dort diese Kollusion der schwedischen Geheimdienste mit den amerikanischen ist sehr stark, ist auch durch diese diplomatischen Depeschen zwischen Stockholm und Washington ganz klar dokumentiert, dass die schwedische Regierung hinter dem Rücken des eigenen Parlaments stark kooperiert hat mit der CIA. Und es ist das der Kontext, dass dort kommt jetzt Wikileaks rein, dort kommt Assange rein und möchte dort seine Server stationieren und dort hatten die schwedischen Behörden natürlich große Sorge, dass das ihre politischen Interessen, dass das in die Zwickmühle bringt, weil die Amerikaner dann natürlich Druck ausüben werden auf die Behörden. So, und in diesem Kontext kommt es jetzt zu diesen ominösen Vergewaltigungsvorwürfen. Assange, das war weltbekannt dafür, dass er da ziemlich kurzfristige Beziehungen hatte, also sehr viele Beziehungen hatte, keine Vorstrafe irgendeiner Art, keine Vorwürfe auch von sexuellem Missbrauch bis dahin in seinem Leben, war damals knapp 40, also nicht jetzt ein Sexualstraftäter auf freier Bahn. Und das war das erste Mal, dass ihm so etwas vorgeworfen worden war. Was man weiß, sagen wir, wenn ich da unter Facts and Fiction sage, es sind zwei Frauen, die hatten je freiwillig, also separat voneinander in der gleichen Woche, Geschlechtsverkehr mit Julian Assange. Beide empfinden ihn damals, so sagen sie dann aus in der Polizei, als zwar unsensibel, aber nicht gewalttätig oder bedrohend. Und ich sage das, weil auch in meinem Gespräch mit ihm und dass ich viel von anderen gehört habe, die mit ihm gesprochen haben, dass er die Bedürfnisse des Gegenübers nicht wahrnimmt. Das ist so. Aber ich spürte auch ganz klar, es ist nicht böswillig, sondern man muss ihn wie aufwecken, sagen, hallo, wir besprechen jetzt die Haftbedingungen, nicht Menschenrechtstheorie. Also man muss ihn wie ein bisschen wach rütteln und dann lässt er sich dann aber schon ein auf die Frage. Das ist dieses leicht Autistische, das er hat im Charakter. Und ich finde das wichtig, weil wenn man diese ganzen Protokolle durchliest, in diesem Vergewaltigungsverfahren, dann beide Frauen sprechen genau diesen Aspekt an und ziehen dann ihre Schlüsse daraus. In beiden Fällen kommt es dann zu unerwünscht, ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Und die beiden Frauen haben dann Angst vor Schwangerschaft und HIV. Man sieht aber in den Textmessages, den SMS, die die zwei Frauen ausgetauscht haben, ich kann die lesen, meine Mutter ist Schwedin selber, also ich kann Schwedisch. Das ist ein großer Vorteil hier, dass ich diese Sachen lesen konnte. Dass sie beide Angst hatten vor HIV und allenfalls eben von einer Schwangerschaft noch, aber nicht von einer Straftat sprachen oder so etwas selber. Sie gehen dann zur Polizei und möchten ihn dazu bringen, einen HIV-Test zu machen. Zuerst rufen sie ihn an, macht doch einen HIV-Test, dann müssen wir da nicht drei Monate warten, bis wir die Resultate haben. Und er sagt, ja, habe ich keine Zeit und so, ich muss jetzt da Menschen retten in Guantanamo und so weiter. Nicht gerade sehr sensibel, nicht eben. und merkt auch nicht, worum wichtig das für die Frauen ist und die gehen dann zur Polizei und möchten Rat, wie sie ihn dazu zwingen können, einen HIV-Test zu machen. Und das ist dokumentiert, dass es darum geht. Und was dann geschieht, ist, ach, vielleicht noch, ich sage hier, dass in beiden Fällen der Tathergang und der schuldhafte Vorsatz zweifelhaft und forensisch unmöglich zu beweisen ist. Ich mache es jetzt nicht grafisch, aber es ist doch wichtig, dass man es kurz sagt. Im einen Fall geht es darum, dass die eine Frau sagt, es sei das Kondom, das sie benutzt haben, sei kaputt gegangen und er habe das, sie vermute, dass er es absichtlich kaputt gemacht hat. Er streitet das ab, er sagt, er wisse gar nicht, dass es überhaupt kaputt gegangen sei. Sie sagt, aber sie sagt, sie hat es nicht gesehen. Sie denkt einfach aus der mangelnden Sensibilität heraus und weil er eigentlich lieber ungeschützten Verkehr gehabt hätte, dass er es eben wahrscheinlich absichtlich kaputt gemacht hat. Das ist aber das, mehr Beweise gibt es nicht. Und die zweite, da gab es mehrmals, kam es zum Kontakt während der Nacht, geschützt, und dann schlafen die beiden ein und sie wacht dann auf, weil er wieder versucht, sich ihr anzunähern und fragt dann, ja, trägst du was? Und er sagt, nein, also er sagt, dich, aber eben nichts und sie sagt, ja, ich hoffe, du hast kein HIV und er sagt, natürlich nicht und dann lässt sie ihn gewähren. So, und die schwedischen Behörden machen aus diesen zwei Tathergängen und Beschreibungen dann Vergewaltigungsvorwürfen, sagen, ja, in meinem Fall sei das das sogenannte Stealthing, Herr Habe, das ist natürlich ein Verbrechen, wenn er das tatsächlich gemacht hat, aber es ist ziemlich klar, dass wenn er das abstreitet, das werden sie nie beweisen können. Also wenn Staatsanwälte da sitzen, können Sie mich gerne korrigieren, aber ein Kondom kann kaputt gehen, es ist, es war gerissen, ob er das absichtlich kaputt gerissen hat oder nicht, ist eigentlich nicht zu beweisen, vor allem, wenn er keine Vorgeschichte hat und nicht geständig ist. Und der andere Fall, hat die Frau geschlafen in dem Moment, wo er sich berührt hat, intim, oder war sie wach und konnte Nein sagen, das können Sie im Nachhinein nicht mehr nachweisen. Es ist einfach nicht möglich und ich sage jetzt nicht, er ist unschuldig, ich sage einfach, strafrechtlich ist das nicht aufzuarbeiten, das können Sie gar nicht, in beiden Fällen. Und das war, das finde ich ganz wichtig, weil das eigentlich von Anfang an klar war, dass man das nicht wird beweisen können. Und die schwedischen Behörden haben das sich dann auch entsprechend verhalten. Sie haben sofort das der Presse gemeldet, also sofort Strafanzeigen, sobald die Frau bei Ihnen waren, haben sie Strafanzeigen registriert für Vergewaltigung. Das Interessanteste ist, wenn Sie die Timelines anschauen, das Verhör beginnt um 16.21 Uhr mit der Frau und die Strafanzeige ist registriert um 16.11 Uhr. Also die Polizistin, die die Frau einvernimmt und die Frau vorher nicht gekannt hat, registriert eine Strafanzeige für Gewaltigung zehn Minuten, bevor sie beginnt, mit der Frau zu sprechen. Im gleichen Computer. Das ist nicht handschriftlich ein Schreibfehler. Und als die Frau in die Polizei hereinkam, zwei Stunden vorher, um einen Termin zu vereinbaren, für 16.00 Uhr, um 14.00 Uhr kam sie herein, um 14.26 Uhr schreibt sie eine SMS und eine Freundin, ja, ich war da drin, ich habe einen Termin gemacht, damit wir dann besprechen können, wie wir den Assange zum HIV-Test zwingen können. Die Polizei, the police seems to like the idea of getting their hands on him. Also sie mögen die Vorstellung, dass sie den in die Finger kriegen. Ja, woher kommt das? Woher kommt diese Reaktion der Polizei, dass sie den in die Finger kriegen wollen? Und das geht dann sehr, sehr schnell so weiter. In Schweden ist, im schwedischen Recht ist es verboten, Details über die Involvierten in einem Strafverfahren an die Öffentlichkeit zu geben, bis es zur Anklage kommt. Also im Vorverfahren ist das verboten. Sofort, in vier Stunden war das in der Weltpresse. Hat die Staatsanwältin das weitergegeben, weitergegeben an die Presse, dass Assange gesucht wird wegen doppelter Vergewaltigung. Und dieser ganz schnelle Eskalationsprozess, der wurde gepusht von den Behörden, um ganz klar dieses Narrativ zu etablieren. Und die Frauen waren stark verunsichert. Sie haben dann später sich diesem Narrativ angepasst, wahrscheinlich unter dem Druck, was verständlich ist. Die waren exponiert, verfolgt von der Öffentlichkeit jetzt. Aber man sieht in den ersten Stunden, dass sie extrem gestresst sind. Also ich sage jetzt das mal ganz ungeschminkt. Sie sprechen von Scheiß-Polizei. Das war doch nicht so vereinbart. Wir wollten die gar nicht anzeigen. Wir wollten doch noch einen HIV-Test. Die Polizei hat das alles angefangen, aber jetzt habe ich keine Wahl. Und so. Also das sind so die Zitate. Ich habe die in meinem Buch wirklich herauszitiert. Diese SMS wurden von der Staatsanwaltschaft geheim gehalten. Bis 2019. Wurden unterdrückt. Wurden selbst dem Gericht nicht zugänglich gemacht. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Die wollten dieses Narrativ aufbauen. Und das natürlich passiert ist, dass die ganzen Prominenten, die Assange unterstützt hatten in Schweden, die machten einen Rückzieher. Und das Wichtigste für die Behörden war, Wikileaks hatte keine Chance mehr damit, sich in Stockholm zu etablieren. Das war das wirkliche Ziel der Behörden. Ich sage jetzt nicht, dass Assange sich perfekt verhalten hat mit diesen Frauen. Vielleicht hat er sich auch wirklich was zu Schulden kommen lassen. Aber die Behörden interessierte das nicht. Weil sie haben ihn auch nicht einvernommen dazu. Also die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, weil es zwei Verfahren waren. Zum einen Verfahren wurde Assange tatsächlich einvernommen. Er war ja in Stockholm, hat sich selber gemeldet bei der Polizei. Nach fünf Tagen wollte er einvernommen werden. Wurde er dann auch einvernommen zu diesem Fall. Der andere Fall war damals schon wieder geschlossen, weil eine leitende Staatsanwältin gesagt hatte, das stimmt doch was nicht, das ist doch nicht Vergewaltigung, hat das Verfahren geschlossen. Und ein paar Tage später hat dann die Oberstaatsanwältin auf Berufung hin das wieder eröffnet. Die Berufung kam nicht von den Frauen selber, es kam von einem Rechtsbeistand der Frauen. Und ein Rechtsbeistand, der auch eine persönliche Fede hatte mit der anderen Staatsanwältin. Ich gehe hier nicht ins Nitty-Gritty hinein, aber ich möchte sagen, es war, wir haben am, sagen wir, am 20. August, diese Frauen, gehen sie zur Polizei, und dann am 1. September, bis dahin ist alles, gibt es ein Hin und Her zwischen den Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaft, aber alles wird an die Presse herausgetragen. Und sobald es klar ist, dass die schwedischen Behörden das verfolgen wollen, also insistieren wollen, dass es ein Vergewaltigungsverfahren gibt, dann sagt Assange, gut, ich bleibe in Schweden. Er wollte eigentlich abreisen, hätte nach Berlin weiterreisen sollen, ich verlängere, blieb fünf oder sechs Wochen länger, also mehr als einen Monat länger in Schweden und hat über seinen Anwalt anfragen lassen, ja, wann kann ich Aussagen dazu. Und er wurde nicht mehr einvernommen. Also während fünf Wochen wurde er nicht einvernommen von der Staatsanwältin. Es gibt diese E-Mails, wo sein Anwalt schreibt, ja, also irgendwann muss er wieder gehen, er hat Konferenzen, er hat ein Leben außerhalb von Schweden, wann kann er Aussagen? Und dann kommt die Antwort, ja, jetzt sei es gerade nicht Zeit und der Polizeibeamte ist krank und wir müssen jetzt zuerst einen Zeugen einvernehmen. Verstehe sich das mal vor. Ein Australier, nicht wohnhaft in Schweden, kontrovers, prominent, ja, also es ist unglaublich wichtig, den sofort einzuvernehmen, weil ja sonst die Aussagen beeinflusst werden von allen möglichen Umständen, die sich da entwickeln. Das ist ein hochprominenter Fall. Also das wurde richtig hinausgeschoben und dann am 27. September reist Assange ab. Zwei Wochen vorher lässt er Anfragen über seinen Anwalt, ob er Schweden verlassen darf, weil er ja nicht verhört wird und die Staatsanwältin schreibt zurück, ja, es gibt keine Hinderungsgründe, er könne Schweden verlassen, es sei im Moment nicht Zeit für ein Verhör. Er geht davon aus, ja, die wollen das nicht wirklich weiterverfolgen, ich kann gehen, reist aus am 27. September, an dem Tag erlässt die Staatsanwältin punktgenau den Haftbefehl. Also, er geht zum Flughafen, er bucht nie online, seine Kreditkarten sind gesperrt, er möchte nicht verfolgt werden, kauft sein Ticket um 12 Uhr am Arlander Airport in Stockholm, muss warten bis fünf, bis sein Flug abgeht und um zwei kommt der Haftbefehl. Am nächsten Tag hätte er ein Verhör gehabt, aber das wusste er nicht. Also das wurde angesetzt mit seinem Anwalt zusammen, aber das ist nachgewiesen, dass der Anwalt ihn nicht erreichen konnte, weil sein Telefon gesperrt worden war, wie seine Kreditkarten auch und reist er dann ab im Wissen, dass er reisen darf und irgendwie wird der Haftbefehl aber genau dann erlassen, als er Schweden verlassen will. Ja, genau an dem Punkt und 24 Stunden vor seinem Termin, nicht weil er nicht erschienen ist, das könnte man sich ja noch irgendwie nachvollziehen, und dann sagt sich die Staatsanwältin, Haftbefehl wegen Flucht. Er wird aber nicht verhaftet an der Grenze, er fliegt nach Berlin, aber sein Gepäck verschwindet, als einziger Passagier, Direktflug zwischen Stockholm und Berlin, das Computersystem zeigt an, ja, wir haben den, ich habe den Empfangsschein gesehen, 13 Kilo Gepäck eingecheckt, verschwand noch vor dem Radargerät. Das kann man heute nachvollziehen, nicht? In Schweden verschwunden noch vor dem Radargerät und nicht wieder aufgetaucht bis heute. Die Behörden wussten natürlich, dass er geht, sonst hätten sie das nicht beschlagnahmen können. Die wussten natürlich auch, dass er zur Haft ausgeschrieben ist, aber sie wollten ihn ja nicht verhaften, sonst hätte er ja dann aussagen können, dann hätte man gemerkt, das kann man ja gar nicht beweisen und dann hätte er vielleicht Wikileaks doch noch etablieren können. Also da ist es viel attraktiver, den ausreisen zu lassen und den Haftbewill zu erlassen, sein Gepäck aber zu beschlagnahmen, weil dort waren die Laptops drin, die einen ja interessierten, und dort muss ich auch sagen, es war klar aus der E-Mail-Korrespondenz von Assange mit gewissen Journalisten, die nicht encrypted waren, also die man aus Geheimdienst gut lesen konnte, mitlesen konnte, dass er dann nach Berlin kommt und dass er Beweise mitbringt für weitere Kriegsverbrechen. Das war dann so ein bisschen der Kontext. Von Berlin geht er weiter nach London, da gibt es dann ein langes, hartmähiges Auslieferungsverfahren nach Schweden. London hat ein Abkommen mit Schweden, ein Rechtshilfeabkommen, wonach man über Telefon, Videolink interviewt werden kann. Man kann auch die Staatsanwaltschaft Schwedens nach London kommen und jemanden einzuvernehmen. Er ist ja nicht angeklagt. Er ist nur im Moment ein Verdächtigter in einem Vorverfahren. In 44 anderen Verfahren gleichzeitig machten die Engländer und die Schweden das so. Bei Assange wurde das ihm verweigert. Er müsse nach Schweden kommen. Damals wurde auch bekannt, dass die USA eine Grand Jury hatte, schon ein Spionageanklageverfahren initiiert hatte. Und da hatte Assange ein bisschen Angst, dass er da über Schweden in die USA ausgeliefert werden sollte und sagte, ich komme nach Schweden, ich möchte von euch nur eine Garantie, dass ihr mich nicht in die USA schickt. Ich weiß aus dem Außendepartement selber noch, dass es dann gäbe, dass man solche Garantien macht. Bei Nawalny hätte man das selbstverständlich gemacht, nicht, dass man die dann nicht nach Russland oder so weiter ausliefert. Bei Assange sagt man, das können wir nicht als Rechtsstaat. Das muss ein Gericht entscheiden. Da kann die Regierung selbstverständlich keine solche Garantien geben. Wir wissen aber alle, dass jede Regierung der Welt ein politisches Prärogativ hat, jemanden nicht auszuliefern, selbst wenn die Gerichte das tun. Also Assange hatte einen Grund, nicht nach Schweden zu gehen. Und das war nicht das Vergewaltigungsverfahren. Und es war, dass er befürchtete, an die USA ausgeliefert zu werden. Und so. Aber wir sehen einfach, ganz klar, das Narrativ, das verbreitet wird durch die Massenmedien. Wir sehen auch Manipulation, Unterdrückung von Beweisen. Ich habe von den SMS gesprochen. Wir haben das eine Verfahrensprotokoll, ein Vernahmeprotokoll der Frau, die vergewaltigt worden sein soll, wurde abgeändert im Nachhinein. Sie war so gestresst, als sie hörte, dass Assange angeklagt werden soll, dass sie das Protokoll nicht unterzeichnet hat. Das wurde im Nachhinein abgeändert von der Polizei. Die interne Korrespondenz habe ich gelesen. Und sie wurde nachher dazu gebracht, sich dann dem anzuschließen. Es wurden eben seine Gegenstände, Laptops beschlagnahmt, ohne rechtsstaatliches Verfahren. Zeugenaussagen wurden allesamt, die gegen ihn verwendet wurden. Kein einziger Zeuge wurde wortwörtlich zitiert. Alles wurden Zusammenfassungen von Polizeibeamten. Alles Telefonverhöre oder persönliche Verhöre ohne Zeugen, ohne Tonbandaufnahme, ohne Wortprotokoll. Nur die Einvernahme von Assange und zwei Journalisten, die ihn tendenziell unterstützten, die wurden mit Tonband gemacht, weil sie sich sonst geweigert hätten, auszusagen. Alle anderen Aussagen wurden von der Polizei in den Worten des untersuchenden Polizeibeamten formuliert. Und natürlich so kann man nicht sehen, ob es Suggestivfragen gab und so weiter nicht. Also man sieht ganz klar, dass die Behörden eine Agenda hatten in diesem Fall und haben dann eben das Verfahren verschleppt, um dieses Narrativ aufrechterhalten zu können, weil es sehr öffentlichkeitswirksam ist. Wenn jemand der Vergewaltigung verdächtigt ist, dann möchte niemand mehr mit ihm zu tun haben. Und keiner mehr spricht über Afghanistan und Irak und die Morde und so weiter. Die Kollusion in zwei, drei Sätzen geht dann weiter. Wir haben Korrespondenz zwischen den Briten und den Schweden, wo die Briten ganz eindeutig die Schweden davon abhalten möchten, dieses Verfahren auch nicht einzustellen oder abzukürzen. Als die Schweden irgendwann von ihrem eigenen Verfassungsgericht dazu aufgerufen werden, ja, entklagt den endlich mal an oder geht den mal endlich befragen in London, möchten sie das Verfahren einstellen und die Briten schreiben zurück, don't you get cold feet. Also wirklich, warum? Also kriegt keine kalten Füsse. Hört ja nicht auf, ja nicht einstellen. Was ist das Interesse der Briten? Es geht um schwedische Frauen, das soll in Schweden geschehen sein. Das hat doch mit den Briten nichts zu tun. Das ist eben, weil die eigentliche Geschichte viel, viel, viel grösser ist. Auch als er Asyl sucht in der Botschaft Äquadors, Assange, der Außenminister William Haig droht Äquador an, wir werden die Botschaft stürmen. Um einen Verdächtigten einzuvernehmen, weil er vielleicht zwei Sexualvergehen begangen haben könnte. Aber angeklagt ist er nicht. Man stürmt keine Botschaft für sowas. Man soll den einvernehmen, einverstanden. Es gibt ja ein Rechtshilfeabkommen und so weiter. Man stürmt eine Botschaft wegen Terrorgefahr, wegen Geiselnahmen, wegen ganz klaren, großen Gefährdungen der nationalen Sicherheit. Als das wird er wahrgenommen, wenn man diese Zeichen liest. Ich überspringe jetzt das Auslieferungsverfahren nach Schweden. Man sieht, das schwedische Verfahren wird dann eingestellt, sobald er verhaftet wurde von den Briten 2019. Und jetzt wäre er ja eigentlich erhältlich gewesen. Man hätte ihn jetzt wieder nach Schweden ausliefern können. Das Vergewaltigungsverfahren verjährte erst 16 Monate später. Dann haben die Schweden nach wenigen Monaten das Verfahren eingestellt, und zwar aus Beweismangel, weil sie nicht mal genügend Beweise hatten, um eine neue Auslieferung zu verlangen. Und das ist dokumentiert auch in der E-Mail-Korrespondenz der schwedischen Behörden, wo die neue Staatsanwältin, die das übernommen hatte, sagt ja im Prinzip, wir haben ja nicht mal genügend Beweise, um eine Befragung des Mannes zu rechtfertigen in London. Also, ziemlich eindeutig. Gut, Ecuador, das kann ich wirklich ganz... Fünf Minuten. Ja, genau. Ecuador erteilt im Asyl 2012, gibt einen Machtwechsel zwischen Präsident Korea und Moreno. Moreno möchte Normalisierung mit der USA. Die USA verlangt schriftlich im Oktober 2018 die Überstellung von Assange als Bedingung für die Normalisierung der internationalen Beziehungen. Und so geschieht es natürlich dann auch. 2017, 2018 versucht Ecuador, Assange aus der Botschaft herauszuekeln, mit konstanter Überwachung, Drangsalierung und Diffamierung in der Öffentlichkeit. Und man hat... Also, warum wurde er mit diesem Bart verhaftet? Es wurden ihm drei Monate vor seiner Verhaftung das Rasierzeug weggenommen. Also, es ging bis in diesen Bereich, dass man auch sein öffentliches Aussehen dann so manipuliert hat. Und dann wurde er eben, wie ich schon gesagt habe, am 11. April dann summarisch einfach ausgebürgert, ausgewiesen und den Briten überstellt. Mit der Begründung, er habe irgendein Verhaltensprotokoll verletzt und so. Er habe die internationalen Interessen anderer Staaten bedroht und so weiter. Aber das sind alles sehr fadenscheinige Begründungen. Das FED-Accompli war da. Was wir von den USA wissen, ist, dass es 2018 eine geheime Anklage schon gegen ihn gab. Die wurde dann auf Spionage ausgedehnt, 2019 nach seiner Verhaftung. Und 2020, im letzten Moment bevor der Beweisverhandlung, als es schon zu spät war für die Verteidigung, Beweise noch einzureichen, wurde es auf Hacking noch ausgedehnt. Und es wurden falsche Zeugenaussagen erpresst im Zusammenhang mit Hacking. Das ist gerade vor ein paar Monaten herausgekommen, dass die FBI einem kleinkriminellen Straffreiheit zugesichert hat, im Gegenzug für falsche Aussagen. Chelsea Manning wurde in Beugehaft genommen, über ein Jahr, damit sie gegen Assange aussagt. Und das hat an einem Selbstmordversuch geendet. Danach hat man sie dann freigelassen. Systematische Überwachung in der Botschaft durch die Sicherheitsfirma, die von den Ecuadorianern angestellt worden waren. Die haben hinter dem Rücken für die CIA gearbeitet. Es gab Mikrofone, sogar in der Damentoilette. Dass es dort um die nationale Sicherheit von Ecuador ging, glaube ich, ist wahrscheinlich widerlegt. Also eindeutig, es wurden Arztgespräche, Anwaltsgespräche, wurden aufgenommen und den Amerikanern direkt übermittelt. Auch als er verhaftet wurde, wurden alle seine Habseligkeiten den Amerikanern übergeben, ohne jedes rechtsstaatliche Verfahren. Und wir haben jetzt, das wissen wir, seit diesem Yahoo-Artikel vom 26. September dieses Jahr, haben die CIA-Agenten unter Trump sogar bestätigt, dass sogar Vorbereitungen für Kidnapping, Rendition und sogar Vergiftung von Assange stattgefunden haben, nachdem er im 2017 eben auch geheime Dokumente der CIA veröffentlicht hatte. So, das britische Verfahren, alle Verfahren in Großbritannien seit seiner Verhaftung sind ganz klar willkürlich. Und ich sage das als jemand, der an der britischen Uni unterrichtet hat die letzten vier Jahre, hat mich sehr erschüttert. Wir haben befangene Richter, also die Richterin, die über sein Auslieferungsverfahren präsidiert hat. Ihr Mann wurde von Wikileaks in 35 Fällen exponiert. Der Haftrichter hat ihn als Narzisst beleidigt, in einem Verfahren, wo Assange nichts gesagt hat, als ich, I plead not guilty. Sie haben ihm für diese Kationsverletzung damals, die Asylnahme in der Botschaft, haben sie ihm 50 Wochen Gefängnis gegeben. Das gibt es nicht für eine Kautionsverletzung in Großbritannien, schon gar nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis. Es war klar, und das wissen wir auch aus der Korrespondenz zwischen USA und Großbritannien, es ging darum, ihn jetzt mal festzuhalten, um den Amerikanern Zeit zu geben, ihr Auslieferungsverfahren in Gang zu bringen. Und das wurde einfach instrumentalisiert. Auslieferungshaft ist heute, er sitzt ja keine Strafe, ab seit zwei Jahren ist er in Auslieferungshaft. Das wurde bei Pinochet damals auch so gemacht, nicht? Der wurde aber wegen wirklichen Verbrechen angeklagt, Folter, Mord und so weiter. Und Assange wegen Journalismus. Pinochet wurde in einer Villa beherbergt und von Margaret Thatcher mit Whisky beschenkt. Und Tony Blair hat, soviel ich weiss, den Assange noch nicht besucht in Belmarsh. Er wird isoliert in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ganz klar, nicht notwendig, nicht verhältnismäßig ist es darum, ihn ruhig zu stellen. Und man sieht, dass durch diese Isolation er eben auch nicht genügend Zugang hat zu seinen Anwälten, sein Verfahren nicht vorbereiten kann. Also ganz extrem. Also er kriegt keine Dokumente. Er musste zur amerikanischen Anklage vor der Richterin Stellung nehmen, ohne die Anklage gelesen zu haben. Also das in Großbritannien. Das ist doch gar nicht möglich. Also mir kam das vor wie Mickey Mouse. Also das ist doch, also ich wirklich nicht, es ist grotesk, wie ich gesagt habe am Anfang. Und wir sehen auch, dass in diesen Hearings der Zugang von Prozessbeobachtern extrem erschwert wird. Also es wurde im September Beweisverhandlung, wo es wirklich um die Wurst ging, die ganzen Beweise vorgelegt werden mussten. 40 Prozessbeobachter waren bewilligt. Am Morgen des ersten Verhandlungstages als erste Entscheidung hat die Richterin diese Bewilligung einfach zurückgezogen. Keine Prozessbeobachtung, nicht im Interesse der Justiz. Und dann waren nur noch fünf Leute im Saal, die überhaupt noch berichten konnten. Also das muss man sich, es ist schon, es ist extrem ungewöhnlich, ungewöhnlich, was hier geschieht. Neuester Stand und hier, damit schließe ich danach jetzt ab. Es gab das Urteil vom 4. Januar. Es ist wichtig, dass wir dort wissen, das Gericht hat alles den Amerikanern gegeben, was sie wollten, nur dass sie Assange nicht ausliefern ließen. Das heißt, sie haben das ganze Narrativ bestätigt von die Anklage wegen Veröffentlichung von geheimen Dokumenten als Journalist, dass es eben nicht unter die Pressefreiheit fällt, dass das Spionage ist, dass das strafbar ist. Auch in Großbritannien unter dem Official Secrets Act, dass es kein Political Offense ist, dass er ausgeliefert werden könnte, dass er nur aus gesundheitlichen Gründen nicht ausgeliefert wird, weil in den harschen Haftbedingungen in den USA wäre es sehr wahrscheinlich, dass er Selbstmord begehen würde. Sehr schlau, weil wer macht jetzt Berufung? Die Amerikaner. Hätte man ihn ausgeliefert, hätte Assange Berufung gemacht und die ganzen Fragen von Pressefreiheit und so und politischen Delikten und so weiter an das High Court heraufgetragen. Wenn es die Amerikaner Berufung machen, dann kommt nur die Frage der Haftbedingungen zum Berufungsgericht und des Gesundheitszustandes von Assange. Die Haftbedingungen können die Amerikaner ja einfach garantieren machen. Das ist ganz einfach. Sie haben 100% Kontrolle darüber, was die Haftbedingungen sein werden und können sich da einfach anpassen. Es geht also nur noch um den Gesundheitszustand von Assange und um die Haftbedingungen. Und das sehen wir eben jetzt in der Berufungsverhandlung heute und gestern. Ging es nur noch um die Garantien der USA, sind die genügend, sind die nicht genügend. Dass er eigentlich gar nichts Strafbares gemacht hat, das wird gar nicht mehr diskutiert. Das ist natürlich ein Kunstgriff gewesen, dass man das so strukturiert hat. Und möglicherweise, wenn das Berufungsgericht jetzt zum Schluss kommt, ja, die Garantien reichen nicht ganz, dann machen die Amerikaner natürlich noch Berufung zum Supreme Court und geben dann ein bisschen mehr Garantien. Und wenn das High Court sagt, ja, das reicht, das ist gut, dann macht wahrscheinlich der Assange nochmal Berufung, aber es geht immer nur um diese Garantien. Und damit haben wir die ganzen großen Fragen des Elefanten im Raum wieder ausgeschlossen. Dann ist es ganz wichtig, dass sie Gegenberufung machen können, gegen dieses Urteil danach. Wie es herauskommt, kann ich Ihnen so nicht sagen, ich kann nur sagen, das Big Picture, das habe ich Ihnen gezeigt, worum es wirklich geht in diesem Fall. Und wenn wir das sehen, die Amerikaner, die Briten, die Schweden haben Assange nicht zehn Jahre lang unter Aufwand von Dutzenden von Millionen verfolgt und diffamiert, um ihn jetzt einfach freizulassen. Die werden irgendwas finden, damit ihre Agenda damit erfüllt wird, ob das jetzt mit einem ewigen Prozess ist, der ihn in Großbritannien ins Irrenhaus bringt oder zum Selbstmord bringt oder ob sie mit ihm einen Deal machen irgendwann, das weiß ich nicht. Aber die Abschreckungswirkung ist sowieso gegeben. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand von Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt einen USB-Stick gebe, hier haben Sie Collateral Murder Nummer zwei und die 250.000 Depeschen der USA können Sie gerne veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob Sie das auf Ihrer Webseite machen würden, ob Sie jetzt noch Vertrauen hätten, dass die Pressefreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit hier geschützt ist. So, das war mein Ausblick. Das ist das Buch auf Deutsch. Das gibt es seit April. Dass die Details jetzt auch die ganzen Beweismittel dann zitiert sind. Es kommt auf Englisch raus im Februar, auf Schwedisch nächste Woche. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld. Ich hoffe, es war keine unmenschliche Behandlung. Herr Melzer, was für eine unglaubliche Geschichte Sie uns erzählt haben. Spannend, lange gedauert, aber keine Sekunde war es langweilig, glaube ich. Sie haben das auch gehört am Applaus. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wir bleiben trotzdem bei der Fragerunde. Das ist zu spannend. Ich frage nichts. Sie haben das Wort. Wem darf ich die erste Frage? Dem Herrn Staatsanwalt, bitte. Danke. Ja, also, was mich natürlich erwunder nimmt, Sie erzählen uns von einem erschütternd, korrupten Behördenumfeld. also als einer, der selbst die Menschenrechte immer auf dem Silbertablett trägt. Kann ich mir das fast nicht vorstellen, aber ich glaube Ihnen, Sie waren so glaubwürdig in Ihrer Schilderung, dass ich mit Ihnen erschüttert bin. Aber ich frage trotzdem, wie sind Sie in diesem hoch korrupten Behördenumfeld an die authentischen Behördenkorrespondenzen herangekommen, wo eben auch die internen, verwerflichen Dinge sichtbar geworden sind? Ja, also, hier gibt es einen gewissen Quellenschutz, also ich kann es nicht, ich habe, ich habe natürlich, durch meine prominente Intervention, habe ich, habe mich viele Leute kontaktiert. Ja, auch Leute innerhalb und außerhalb von Behörden, früher mal innerhalb und so weiter. Ich bin an vieles herangekommen, aus verschiedenen Quellen. Also, ich kann es tatsächlich nicht, nicht offen, ich darf es auch nicht offenlegen, also von wem ich jetzt was genau habe. Vieles ist tatsächlich aber schon erhältlich. Es ging nur darum, dass man die ganzen connected dots, ja, und ich denke, was eben auch wichtig ist, also ich selbst war wirklich erschüttert, weil ich habe wirklich an die Rechtsstaatlichkeit geglaubt, ja, und ich glaube auch heute nicht, dass es hier um eine böse Verschwörung geht, wirklich. Ich soll nicht geben, mehr davon aus, im großen Ganzen. Natürlich haben die USA jetzt ein Interesse da, ihre Geheimhaltung zu schützen, aber ich bin überzeugt, dass die CIA denkt, wir wollen einfach unsere, die USA schützen, nicht gegen die Bösen, und der stört uns dabei. Und dann kommt diese alltägliche Behördenkollusion, die einfach mehr mit der menschlichen Natur zu tun hat, ja, man schützt sich gegenseitig, man fällt sich nicht in den Rücken und so weiter, und der Banality of Evil, sozusagen, was Hannah Arendt gesagt hat, nicht, das ist nicht die böse Konspiration von irgendwelchen dunklen Mächten im Unterkeller, sondern es ist irgendwo, dass eine Eskalation, die stattfindet mit 9-11, wo man den Geheimdiensten mehr Freiraum gegeben hat, weil man muss ja solche Angriffe verhindern, das ist ja auch verständlich, wir haben alle Angst, also geben wir den mehr Freiraum, wir hatten Diskussionen erst kürzlich in der Schweiz mit dem PMT nicht, also wo man ja wirklich rechtsstaatliche Fragen stellen kann, aber die Motivation dahinter ist natürlich eine gute, man möchte ja einfach mehr Werkzeuge haben, um Terrorismus bekämpfen zu können, aber dass man damit, nicht, wenn man, ich sage immer, die Geheimdienste, die Polizei, das sind unsere Wachhunde, und ich meine das nicht despektierlich, ich meine, die müssen ein bisschen scharf sein, ich möchte ja auch nicht einen Bodyguard haben, irgendwo, der dann alles nur mit seiner Rosa-Brille anschaut, der soll mehr Gefahren sehen als existieren, der Hund soll auch mal den Postboten anbellen, nicht nur den Einbrecher, aber mit dieser Einstellung müsste, der Wachhund gehört auch an die Leine, möchte ich sagen, und die Rechtsstaatlichkeit ist eben diese Leine, die sicherstellt, dass die Aufsicht gegeben ist, und das, da haben wir gesündigt in den letzten 20 Jahren, dass wir den Wachhund von der Leine gelassen haben, und das sieht man in diesem Fall eben schon, und das eskaliert dann in diese Missbräuche hinein, die in diesem Fall relativ einfach aufdeckbar sind, weil sich die Behörden so sicher sind, dass sie auf der richtigen Seite sind, dass sie nicht in Frage gestellt werden, dass sie zum Teil auch unvorsichtig waren. Ich frage jetzt nicht, ob Sie schon einen Reiseplan nach USA haben, oder? Nicht mehr. Wer hat weitere Fragen? Bitte der Herr im roten Pullover hinten. Vielen Dank. Meines Wissens nach wurde ja Chelsea Manning von Obama schlussendlich begnadigt. Weiss man, wie Joe Biden zu dem Fall steht? Hat er sich mal geäussert? Nein, er vermeidet das. Ich denke, bei Obama muss man auch vorsichtig sein. Ich denke, er wird eher idealisiert. Obama wurde sehr stark kritisiert, weil unter keinem Präsidenten der USA wurden so viele Whistleblowers so hart verfolgt wie unter Obama. Er hat mehr Whistleblowers verurteilen lassen als alle amerikanischen Präsidenten vor ihm zusammen. Also Zero Tolerance. Und bei Chelsea Manning, die war sieben Jahre im Gefängnis. Die hätte einfach 35 Jahre absitzen sollen. Also 35 Jahre, das kriegt man so für Genozid in Srebrenica in Den Haag. Und die ganzen Verbrechen, die aufgedeckt wurden, da wurde ja niemand verfolgt. Also Obama ist ja genau der, der das verhindert hat, dass die CIA zur Rechenschaft gezogen wurde für ihr Folterprogramm. Und das muss man sich schon vergegenwärtigen. Also das mit Obama, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Und ich denke, Biden gehört natürlich genau zu dieser Schule. Das ist natürlich eine amerikanische Regierung, die machtpolitisch unglaublich stark etabliert ist. Ich denke nicht, dass Biden ein Interesse hat, den Assange freizulassen, vor allem, weil natürlich da auch Hillary Clinton noch im Hintergrund da ist. Und die war Außenministerin, als diese Enthüllungen kamen. Und sie behauptet ja auch, dass sie wegen Assange ihre Präsidentschaft damals verloren hatte. Ich denke, es sind eher die E-Mails, die sie geschrieben hat. Okay, ich glaube, wir haben eine Frage und dann die nächste. Danke vielmals. Ich hätte eine generelle Frage. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Julian Assange irgendwann mal, irgendwann mal ist jetzt eine sehr weite Definition, irgendwann mal nochmal ein freier Mensch sein wird? Oder glauben Sie, dass mit all diesen Einschätzungen, mit all diesen, nicht Einschätzungen, versagen Sie, mit all diesen Gegebenheiten, die von den USA, Großbritannien, Schweden und Ecuador gegeben sind, dass Julian Assange nie mehr ein freier Mensch sein werden kann? Also ich denke, dass die USA sicher die zweite Option wählen würde, wenn sie könnte, nicht? Ich denke, dass Strasburg da noch ein Problem werden könnte. Das könnte das größte Hindernis werden. Wenn die Anwälte von Assange schlau genug sind, diese Aspekte des Falles, die jetzt zur Seite geschoben worden sind, nicht? Also dort Gegenberufung zu machen und sagen, Moment mal, es geht hier auch um Pressefreiheit, es geht hier auch um politisches Delikt, es geht um Spionage, diese ganzen Sachen, es geht um unrechtmäßige Überwachung von Anwaltsgesprächen, also um fairen Prozess. Diese Dinge müssen wieder ans Licht gezogen werden, das kostet viel Geld, das kostet vielleicht auch Zeit, die Briten haben gesagt, ihr könnt schon Gegenberufung machen, aber nachher. Das verlängert das Verfahren nochmal um zwei, drei Jahre. Ich weiss nicht, ob er das so lange aushält in dieser Einzelhand. Aber wenn sie das nicht tun, dann läuft es, wie ich gesagt habe, am Schluss nur darauf, heraus wird in Straßburg, ja, glaubt man den amerikanischen Garantien oder nicht? Und da können sie eben nicht Nein sagen, weil die USA muss ja ein Rechtsstaat sein, nicht? Wo kämen wir sonst hin? Also das ist sehr schwierig für Straßburg. Wenn sie aber es schaffen, diese Themen auf der Agenda zu halten, dort wird Straßburg ja nicht ausliefern können. Aber sie würden schon auch Grenzen der Pressefreiheit sehen, oder? Das ist ja wahrscheinlich so ein heikler Bereich. Wo hört das auf? Absolut. Ja, natürlich hat die Pressefreiheit Grenzen. Aber was auch ganz wichtig ist, da hatte ich jetzt auch keine Zeit, mich dazu auszulassen, Also dieses ganze Narrativ von Gefährdungen, da gibt es ja überhaupt keine Beweise dafür. Und man weiss auch, dass diese Informationen, die die Amerikaner behaupten, gefährden ihre Kollaborateure in den Kriegsgebieten und so weiter, die wurden gar nicht zuerst von Assange veröffentlicht, sondern die wurden zugänglich gemacht von zwei Guardian-Journalisten, die ein Buch veröffentlichten, in dem sie das Passwort veröffentlichten zu einem Encrypted File. Und dadurch wurden diese ganzen Diplomatic Cables dann öffentlich zugänglich und erst nachher. Und das ist nachgewiesen worden, übrigens von einem Schweizer Computerspezialisten im Beweisverfahren, der hat das objektiv wissenschaftlich aufgearbeitet und gesagt, das ist ganz eindeutig, es war nicht, es war nicht Assange, der das Vögel ist. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage, glaube ich, hier, der zweite Reihe. Zuerst vielen Dank, das war extrem spannend und interessant. Ich glaube, den amerikanischen System, Rechtssystem relativ gut zu verstehen und auch die Gesellschaft. Ich staune, dass es keine Gegenstimme von Offiziellen, vom Volk, vom, es gibt in Amerika so viele Organisationen, Organisationen, die die Minderheit verteidigen. Ist es einfach, dass ich davon nicht gehört habe? Ist es, dass man die Vereinsschüchterung wehrt? Oder wieso gibt es keine Gegenstimme? Es ist sehr, sehr wenig. In den USA sehr wenig. Es gibt eine Stimme, die ziemlich prominent war, das war Tulsi Gabbard, das war ja eine Präsidentschaftskandidatin, die wollte aber auch mit diesem militärisch-industriellen Komplex aufräumen, als Irak-Veteranin und dann hat dann Hillary Clinton schnell das Narrativ aufgebaut, seinen Russian Asset und so weiter. Und das, die wurde wirklich kalt gestellt. Also ich denke, in den USA ist es noch relativ einfach, dieses Narrativ dominiert noch sehr stark. Was wir auch gesehen haben, zum Beispiel Amnesty International hat sich geweigert, den Assange als Prisoner of Conscience zu qualifizieren, damals wegen den Vergewaltigungsvorwürfen. Das war eindeutig, das war deshalb damals, die Korrespondenz besteht und jetzt haben sie Mühe darauf zurückzukommen, es ist immer noch diese unberührbare Assange. Das ist etwas seltsam, aber ich denke, es ist so eine Schieflage, gerade in den USA, ich habe dort auch mal gelebt, es ist schon möglich, dass wenn man zum Beispiel einen guten Hollywood-Film machen würde, der das mal auf der anderen Seite beleuchtet, dass es dann plötzlich einen Rutsch gibt. Aber in den USA ist das immer so ein bisschen eine emotionale Geschichte. Ich glaube, wir haben noch drei kurze Fragen mit halbwegs kurzen Antworten. Die eine ist dahin, die Dame mit dem schwarzen Pullover. Sag ich jetzt noch mal, was immer. Herzlichen Dank für den Vortrag. Sie haben vorher Strasbourg erwähnt. London hat vor etwa zwei Wochen angekündigt, dass in der Zukunft der Supreme Court Strasburger Urteile korrigieren solle. Wie sehen Sie die Chancen, dass das eingeführt wird und was heißt das für das Auslieferungsverfahren von Julian Assange? Ja, das ist sehr besorgniserregend überhaupt. Ich meine, vom Brexit wollen wir jetzt nicht sprechen, aber ich denke, gerade was man sieht in Großbritannien in den letzten Jahren ist sehr besorgniserregend. Also auch diese ganzen im letzten Jahr wurden ja zwei Legislativprojekte der Regierung eingeführt, den Overseas Operations Act und den Spy-Cops-Law im Domestic-Field, wo man eigentlich schwere Verbrechen der Behörden dann nicht verfolgen wollte. Also für Overseas Operations wurde es im letzten Moment noch korrigiert durch das Upper House. Aber wir sehen, also ich möchte damit sagen, dieser ganze Effort der Regierung, Menschenrechte auszuhebeln, Kriegsvölkerrecht auszuheben, also humanitäres Völkerrecht auszuhebeln, den ICC zu neutralisieren und jetzt natürlich eben auch den Human Rights Act. Es geht doch um den Review, nicht? Aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Also ich denke, ich weiß natürlich nicht, worauf es wirklich hinausläuft, letztlich, aber die Tendenz ist ganz klar da, dass sich Großbritannien abhängt und mehr jetzt den Amerikanern anhängt. Also das könnte schon bedeuten, dass dann natürlich Straßburg einfach ignoriert wird, letztlich. Dann haben wir eine Frage hier, der Herr mit dem gestreiften Hemd. Dankeschön. Ja, Sie haben ja gesagt, dieser Scheinwerfer wurde vom Thema, das er aufgedeckt hat, auf die Persönlichkeit geworfen. Einerseits denken Sie, Sie haben das wieder geschafft, die Themen an die Öffentlichkeit zu bringen oder andererseits werden Sie ja auch jetzt persönlich diffamiert, so wie es Julien Assange erging. Ja, es ist bei mir ein bisschen, also ich bin natürlich mandatiert, das zu tun, was ich tue. Also ich tue es, es ist ein bisschen schwierig, mir jetzt zu sagen, ich soll das nicht tun. Also man versucht mich einfach zu ignorieren von offizieller Seite. Ich denke schon, dass das mit dem Buch ein bisschen unangenehm ist, weil es jetzt auf diese verschiedenen Sprachen herauskommt. Das Schwedische wurde gerade von Svenska Bar gebladet, das ist eine der größten Zeitungen von Schweden, also die New York Times von Schweden, die hat das gerade rezensiert und sehr, sehr positiv beurteilt, gesagt, das ist ein Must-Read für alle Politiker. Also ich denke, wenn das wirklich so aufgenommen wird, dann kann das natürlich noch einiges auslösen. Die englische Version wird natürlich dann das Wichtigste sein. Ich denke, das war für mich das Instrument, das zu tun. Ich bin sicher, dass man mir jetzt den Vorwurf machen will, ja, das steht aber nicht im Verhaltenskodex, dass sie Bücher schreiben sollen und so. Also, dass wir kommen, das ist klar. Und ich werde natürlich immer wieder angegriffen, ja, warum retten sie nicht die Leute in Syrien, warum immer nur Assange, nicht? Ja, klar, es gibt immer noch 60 Millionen andere Folteropfer, nicht? Und gerade so Kriegskontexte ist natürlich das IKRK, die richtige Organisation und nicht ich. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde mein Mandat und die beschränkten Ressourcen, aber die große Unabhängigkeit und Sichtbarkeit meines Mandates dazu benutzen, den Scheinwerfer auf Themen und auf Fälle zu richten, die sonst niemand anfassen will, weil sie zu heikel sind. Das kann ich mir leisten, man kann mir den Lohn nicht kürsten, weil ich habe keinen. und... Okay, wir kommen, wir kommen, warten Sie noch. Wir kommen noch zu einer letzten Frage, dem Herr hier mit dem offenen Hemd und der dunklen Maske. Ja, sie hat was drunter an, noch das... Danke vielmals. Herr Melzer, Sie haben in Ihrem Vortrag sehr interessant dargelegt, auch wie das deutsche auswärtige Amt Sie zu sich eingeladen hat, um Ihnen, sagen wir mal, das ein bisschen auszureden, Ihre Arbeit zu machen. Mich würde jetzt interessieren, einerseits im Fall Assange, ob es da weitere Bestrebungen auch von anderen vielleicht auswärtigen Ämtern gab in die Richtung und das zweite vielleicht noch allgemein in Ihrer bis jetzt fünfjährigen Weitigkeit, ob es da auch schon mal versucht wurde, mit, ich sage jetzt mal, nicht legalen Mitteln in so etwas auszureden. Nein, also konkret, also physisch bedroht hat man mich nicht, ja, bis jetzt. Aber es wurde mir ganz klar zu verstehen gegeben, dass das für meine Karriere nicht gut ist, was ich da tue. Also, wenn ich in der UNO weiterkommen möchte, dann brauche ich natürlich zumindest die Toleranz der P5, und das schließt natürlich die UK und die USA mit ein. Aber ich habe das auch aus viel heimischeren Gefilden zu hören bekommen, unter so vorgehaltener Hand, ja, also das sei vielleicht ein Fehler gewesen, dass ich mich für den Assange einsetze. und ich denke, ja gut, ich meine, ich sage meinen Studenten immer, ja, klammert euch nicht an Funktionen und Titel, klammert euch an eure Integrität, weil wenn ihr die mal verloren habt, dann habt ihr eigentlich alles verloren, nicht? Und wenn ihr eine Funktion verliert, aber die Integrität retten könnt, dann habt ihr alles, habt ihr eigentlich nichts verloren, ja. Und das ist, das ist auch etwas, was ich hier versuche zu leben, ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich in einem Jahr nachher machen werde, aber ich habe meine Karriere eigentlich nie geplant, ich habe sie immer entdeckt, so Schritt für Schritt und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Sie hätten an sich Verbündete in China oder so, die vielleicht noch unterstützen bieten würden, aber das ist auch schwierig, oder? Die Schweiz hat sich da nie auch hervorgebracht. Ich werde jetzt mal sagen, ich habe ein Interview-Angebot bekommen von der staatlichen Nachrichtendienst, also Nachrichtenagentur, nicht Nachrichtendienst, Nachrichtenagentur Chinas, das habe ich dann nicht gemacht. Wobei eben, also Russian TV, das habe ich schon mal gemacht, aber ich denke, das ist halt schon, Assange ist natürlich den Chinesen und den Russen genauso unangenehm. Jetzt ist gut, die wissen, die Amerikaner lassen den nicht gehen, da kann man ein bisschen sticheln und so, aber wenn der frei ist, weil der hat auch Sachen, Geheimnisse von Russland schon veröffentlicht, das ist wichtig. Also Snowden, den kann man Asyl geben, das ist ein Amerikaner, der hat sich nur amerikanische Geheimnisse gelüftet. Aber Assange, seine Grundsätze, die Prinzipien von Wikileaks, denke ich, sind für alle machtpolitisch wichtigen Staaten ähnlich gefährlich. Herr Melze, das war ungemein spannend, was Sie uns da geboten haben, ganz toll, der Fall ist nicht zu Ende und ich sage vor, Sie kommen wieder und wir werden den Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu diskutieren. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Applaus Thanks für immer. Applaus Vielen Dank.